Ja, so ist richtig. Gibt es da vorne, Mensch? Da vorne! Ja! Na, nun wird's ja auch langsam Zeit. Äh, tut mir leid. Also wenigstens zur Fahrprüfung hätten Sie mal pünktlich kommen können. Der Prüfer wartet doch schon die ganze Zeit. Da hätte ich doch bloß einen anständigen Beruf gelernt. Tag. Jawoll! Jetzt zeigen wir, was wir können. Aha, Video. Da läuft jetzt wohl alles über Video, sogar die Fahrprüfung, was? Na, was ist denn? Fahren Sie schon los, Mann! Jawoll. Schießt aber das Wuppling-Kormann nicht aus seinem Ruhetrauf. Der Ball bleibt nicht riesen. Eine gefährliche Situation. Ey, mach doch auf, Mensch! Aber da ist schon der gegnerische Schlusswatter. Los, Mensch! Schlaf doch nicht ein! Da kommst du doch durch, Mensch! Na los! Durch! Na gut so! Klasse! Weiter so! Jetzt mal links! Links, Mensch! Links! Links! Was machst du denn da, du Idiot? Links, Mensch! Links ist doch alles rein! So, ich bin mal für ein Haustrickst. Ich bin mal schnur nach vorn, Mensch! Rechts drüber! Rechts! Steht doch! So, was? Dann rechts! Rechts, Mann! Ach, deine Haustriegelang schlänzen! So, ist das genauso. Und jetzt wieder nach links mit dem Gerät. Bisschen mehr Tempo, du lahme Enke! Genau so und nicht anders. Ja, und jetzt nimm ihn auf der Hörmacht. Und jetzt frontal rein! Attacke! Ja, nimm ihn her! Nommi! Nommi! Ah! Ja, still, so! Jetzt bring ihn rein! Jetzt rein mit ihm! Tor! Genau klar war, das ist ein Tor! Fertig! Das ist schon junger! Hahahaha